Falls du bereits Erfahrung mit dem Seil hast, kannst du alternativ zu den Einbeinsprüngen auch sogenannte Criss-Cross-Sprünge durchführen. Hierfür springst du vorerst wie gewohnt beidseitig ab und landest weich abfedernd auf deinen Fußballen. Wenn du deinen Rhythmus gefunden hast und sich das Seil über dem Kopf befindet, überkreuzt du deine Arme. Springe insgesamt dreimal für 60 Sekunden am Stück und gönne dir zwischen den Sätzen eine Verschnaufpause von 30 Sekunden.